Kasseneinnahmen – so vermeiden Sie Fehler Es gibt eine sehr große Anzahl bargeldintensiver Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen, wie zum Beispiel Gastronomie, Apotheken, Einzelhandel, Tankstellen, Handwerksbetriebe, Bäcker, Fleischer, Taxigewerbe, Hotellerie und so weiter. Diese Betriebe werden intensiv von der Finanzverwaltung geprüft. Zunehmend kommen neue Prüfungsmethoden aus dem Bereich der digitalen Datenanalyse zum Einsatz. Viele oft auch vermeidbare Fehler bei der Kassenführung können bei Betriebsprüfungen zu großen Problemen führen. Es kommt dadurch zu teilweise horrenden Steuernachforderungen sowie zur Einleitung von Steuerstrafverfahren. Beugen Sie rechtzeitig vor. Spätestens ab dem 1. Januar 2017 müssen nach Auffassung der Finanzverwaltung alle elektronischen Kassen die Journaldaten speichern. Somit dürfen Kassen, die kein elektronisches Journal speichern, nur noch bis zum 31. Dezember 2016 verwendet werden. Haben Sie Ihre Kasse überprüft und bereits angepasst? Bei Fragen sprechen Sie Ihren Steuerberater an. Er unterstützt Sie gern. In den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, GOBD, bekräftigt die Finanzverwaltung ihren Standpunkt, dass die Einzeldaten aus Kassensystemen zu den aufbewahrungspflichtigen Geschäftsvorfällen gehören, die dem Datenzugriff unterliegen. Dies wird durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs zum Zugriff auf Kassendaten einer Apotheke bestätigt. Die Finanzverwaltung wird diese Entscheidung auch auf andere Branchen übertragen und den Datenzugriff auf Vorsysteme wie Kassen ausweiten. Ferner hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei einem programmierbaren Kassensystem das Fehlen der aufbewahrungspflichtigen Betriebsanleitung oder der Protokolle nachträglicher Programmänderungen schon zu einer Hinzuschätzung berechtigt. Welche Regelungen sind zu beachten? Die Journaldaten müssen unveränderbar in einer elektronisch auswertbaren Form aufbewahrt werden. Vereinfacht ausgedrückt sind Journaldaten alle einzelnen mit der Kasse gebongten Einnahmen. Der Inhalt des Journals ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es besteht meist aus folgenden Angaben, Datum, Zeit, Bediener, Artikelbezeichnung, Anzahl, Einzelpreis sowie Gesamtpreis. Diese Daten müssen zehn Jahre in elektronischer Form aufbewahrt werden. Dem Betriebsprüfer sind diese Daten auf Verlangen in elektronisch auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen. Sind die Daten nicht vorhanden, kann das Finanzamt ein Verzögerungsgeld von mindestens 2500 Euro verhängen. Außerdem führt dies möglicherweise zu einer Schätzung. Die Daten können auch außerhalb der Kassen in unveränderbarer Form aufbewahrt werden. Wichtig ist auch die Datensicherung. Neben den Journaldaten sind auch Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten aufzubewahren. Einsatzorte und Zeiträume der Kassen sowie die unbaren Zahlungsarten, EC-Karte, Lastschrift oder Kreditkarte, sind ebenfalls zu dokumentieren. Alle Aufzeichnungen müssen für jedes einzelne Gerät getrennt, geführt und aufbewahrt werden. Es sind alle Organisationsunterlagen aufzubewahren. Dazu gehören insbesondere die Bedienungsanleitung, die Programmieranleitung und alle weiteren Anweisungen zur Programmierung des Geräts. Neben den formellen Anforderungen besteht eine ordnungsgemäße Kassenführung aus weiteren Bestandteilen. Dies sind das Zählprotokoll als Nachweis der geldmäßigen Kassenführung, der Kassenbericht zur Ermittlung der Tageslosung und das Kassenbuch zur chronologischen Aufzeichnung der baren Geschäftsvorfälle. Der Kassensturz dient der Verhinderung von Betrug am Unternehmen. Auch die Finanzverwaltung bedient sich dieser Methode. Differenzen beim Kassensturz deuten auf Manipulationen der Einnahmen hin. Daher sollte im Unternehmen zu Testzwecken regelmäßig ein Kassensturz erfolgen. Bei der Kassenführung sind wichtige Hinweise zu beachten, um Fehler zu vermeiden. Deshalb empfiehlt es sich, rechtzeitig vorzubeugen. Dieses Video kann nur einen Überblick bieten. Hinsichtlich Einzelheiten fragen Sie Ihren Steuerberater. Er berät Sie gern.